Jeder der schon mal mit Computerspielen zu tun hatte, kennt vermutlich Steam. Steam ist wohl die größte Plattform, wo man Videospiele hinzufügen kann für den Computer, darüber installieren und spielen kann, aber wie genau funktioniert eigentlich Steam und was kann man eigentlich alles genau damit machen. Das werde ich dir in diesem Video erklären, Link zu Steam gibt es unten in der Videobeschreibung. Vorab, so eine Allround-Information zu Steam, die wahrscheinlich jeder kennt, um Steam nutzen zu können, brauchst du ein kostenloses Konto bei Steam und wenn du es wirklich verwenden willst, um deine Spiele zu verwalten, zu installieren und zu spielen, musst du Steam herunterladen. Das kannst du hier über die Startseite, wie gesagt, klick in der Videobeschreibung, direkt hier installieren, kannst du für deinen Windows-PC, deinen Mac-PC und für deinen Linux-PC, glaube ich, herunterladen. Hast du es heruntergeladen, sollte das Ganze hier so aussehen. Es ist eigentlich relativ einfach aufgebaut, du hast im ersten Tab den Shop, den du auch im Web quasi findest, wo wir gerade auf der Seite waren. Und neben hast du eine Bibliothek, wo du all deine Spiele etc. findest, dazu kommen wir gleich noch, haben wir noch die Community und dann einen Account-Namen, den findest du hier. Fangen wir im Shop an. Du hast die Möglichkeit, über Steam dir Spiele zu kaufen. Das ist also quasi wie ein richtiger Online-Shop. Du kannst hier die Spiele scrollen, es gibt hier sehr, sehr viele Aktionen, insbesondere zum Beispiel jetzt hier die Herbst-Aktion, es gibt auch eine Weihnachts-Sale und so. Also es gibt sehr, sehr viele Aktionen. Wieso ich bei Steam nicht direkt meistens einkaufe, erkläre ich dir am Ende des Videos nochmal. Aber du kannst hier quasi in den Shop durchsuchen. Neben Spiele hast du auch die Möglichkeit, verschiedene Hardware zu holen und Software, die beispielsweise auch von Steam selbst ist, weil die haben auch eigene Controller und so, die du dann auch mit den Spielen verwenden kannst. Du kannst natürlich auch andere Controller verwenden, sofern das Spiel ist das unterstützt. Man muss bedenken, die ganzen Spiele, die man bei Steam kaufen kann, sind nicht von Steam. Die sind halt von den Publishern. Hier findet man halt auch viele aktuelle Titel, die man halt einfach kennt. Man kann ja eigentlich fast alles kaufen. Einzelne Titel, zum Beispiel von Origin, die werden halt oftmals nicht bei Steam angeboten, weil Origin, also EA, ihr eigenes Programm haben, Origin. Dazu habe ich auch ein Tutorial gemacht, kannst du gerne auf meinem Kanal vorbeischauen, sowie auch Ubisoft, wo du aber auch die meisten Spiele bekommst. Da ist momentan bei mir sogar auch der Sale von Assassin's Creed Teilen. Ja, wenn du ein Spiel anklickst, kannst du dich einfach anschauen, bist du auf der Shop-Seite von Steam. Du hast hier immer einen Trailer und hast hier Bilder, die du anschauen kannst. Rechts an der Seite hast du eine kurze Beschreibung. Wenn du das Spiel FSK 18 oder höher seins, also nicht höher, aber halt so violent und so ist, dann bekommst du am Anfang immer eine Meldung, da musst du dein Alter angeben, weil du es halt nicht verwenden oder kaufen darfst, wenn du halt minderjährig bist, in Anführungsstrichen. Du hast dann hier immer eine kurze Beschreibung und was hier ziemlich praktisch ist, was ich immer nice finde, ist, man sieht hier immer die Reviews, wie die ausfallen, ob die positiv sind, negativ, ausgeglichen. Hier sind sie beispielsweise sehr positiv. Man sieht, es wurden 19.000 Reviews geschrieben zu dem Spiel auf Steam. Und was hier auch sehr praktisch ist, sind die letzten Reviews. Das heißt, es kann ja oft sein, dass ein Spiel am Anfang schlecht ist, aber dann besser gepatcht wird und dann geht es halt meistens unter, weil man denkt, oh, die Bewertung ist schlecht, weil sie halt vom Anfang ist, aber jetzt besser ist. Deswegen ist es sehr praktisch, dass man hier auch immer sieht, die letzten Reviews, wie da so die Meinung aussieht. Man sieht hier auch immer den Entwickler, von wem das ist und den Publisher und man sieht halt die verschiedenen Kategorien, zu denen es zählt. Du kannst das ganze Spiel dann beispielsweise zu einer Wunschliste hinzufügen, um Zeit zu behalten. Du kannst dem Spiel folgen, falls neue Informationen rauskommen, kannst du hier direkt folgen und du kannst sagen, okay, das Spiel interessiert mich wirklich nicht, dann kannst du es ignorieren, da wird es dir nicht mehr angezeigt. Darunter, das ist hier etwas Besonderes wegen dem Award, das ist meistens nicht da, kannst du das Spiel kaufen, siehst hier den Preis. Wenn es irgendwelche DLCs, also Erweiterungen oder weitere Inhalte zum Spiel gibt, sieht man das meistens hier und man hat dann meistens die Möglichkeit, das in einem Bundle zu kaufen, das heißt quasi das Spiel plus die ganzen Zusatzsachen und da kriegt man meistens auch noch Rabatte, minimal oder krass dazu. Rechts an der Seite sieht man, wieso das Spiel mir vorgeschlagen wurde beispielsweise. Jetzt hier sieht man den Faktor, weil es eine sehr gute Bewertung hat, weil es momentan beliebt ist, weil es von bestimmten Leuten empfohlen wurde und weil es Freunde von mir beispielsweise besitzen. Bei manchen Spielen hat man auch die Möglichkeit, eine Demo herunterzuladen, bevor man es kaufen will. Darunter findest du aktuelle Updates sowie News, siehst welche Sprachen das unterstützt, du siehst, hast hier immer so eine Überschicht von Steam Workshops, Steam Sammelkarten, Steam Errungenschaften, dazu kommen wir später noch ein bisschen mehr. Und hier unten finden wir dann die Reviews und Bewertung von renommierten Spiele-Seiten, was sehr praktisch ist, weil man dadurch halt einfach ein bisschen mehr Informationen bekommt. Man hat hier auch noch Systeminformationen, was vielleicht wichtig ist, bevor du dir das Spiel kaufst, ob es dein PC überhaupt aushalten kann. So sieht die Shop-Seite aus, kannst du einfach kaufen, du kannst bei Steam mit Paypal bezahlen, mit einer Kreditkarte bezahlen, du kannst aber auch im Laden Steam-Guthaben-Karten kaufen, die auf deinem Konto laden, dann siehst du hier quasi dein Guthaben, wie viel du hast und kannst damit auch die Spiele kaufen. Hast du jetzt ein Spiel gekauft, findest du es hier in der Bibliothek. Hier sind quasi alle deine Spiele und hier hast du auch deine persönliche Spielübersicht. Ich habe jetzt hier beispielsweise Adventure Capitalist, ein kostenloses Spiel, was man bei Steam bekommt. Es gibt auch kostenlose Spiele bei Steam. Da kann es hier direkt spielen, sehe, wann ich das letzte Mal gespielt habe, wie lange ich es gespielt habe, vielleicht manchmal nicht so gut zu sehen. Man sieht, ob es andere Freunde auch besitzen das Spiel, also die Möglichkeit haben, es auch zu spielen. Du siehst hier immer die Errungenschaft und kannst dir anzeigen, manche Spiele unterstützen das, das heißt, dass du bestimmte Sachen im Spiel erreichst. Manche Spiele unterstützen das nicht, ist halt so. Dann gibt es hier auch immer noch die aktuellen News und rechts an der Seite hat man immer die Möglichkeit, beispielsweise zur Shop-Seite zu kommen oder halt so den Errungenschaften nochmal oder zu den DLCs oder Erneuerungen oder halt Community Hub, weil das ist auch ein anderes großes Thema bei Steam, die Community, weil du hast die Möglichkeit ja über Reviews dich auszutauschen, aber du hast auch die Möglichkeit, dich in Gruppen zusammenzufügen. Du kannst Freunde bei Steam hinzufügen, kannst mit denen schreiben, hast hier unten Freunde und Chat-Tab, da ist ein ganz ausgeklügeltes Messenger-System, wurde letztens geupdatet, was ziemlich besser geworden ist dadurch und hier halt im Community Hub findest du halt Diskussionen zu dem Spiel, was Leute führen, du kannst Screenshots dir anschauen, du kannst dir Artworks, also Grafiken oder Wallpaper halt anschauen, du kannst dann mit Steam auch die Möglichkeit, wenn du spielst, quasi live zu streamen, dann kann man hier sich Übertragung anschauen oder halt Videos zum Spiel hochzuladen, kannst du hier auch direkt machen. Fällt es dir auch Neuigkeiten, Leute können Guides hochladen und Reviews, also das ist quasi ein richtiges Community-Bereich, für jedes Spiel ist das individuell, also das ist jetzt nur für Adventure Capitalist, das gibt es quasi für jedes Spiel, bei jedem bekannten Spiel ist es wirklich riesig, bei kleineren Spielen vielleicht nicht so, also immer so ein bisschen unterschiedlich. Hier kommt man auch nochmal direkt zur Shop-Seite, wenn man das möchte und hat natürlich auch die Möglichkeit, seine eigenen Inhalte, hier zum Beispiel bei den Guides selbst einen Guide zu erstellen oder bei der Diskussion selbst einen Beitrag in die Diskussion hinzuzufügen. Bevor wir jetzt noch zum letzten Tab kommen, schauen wir nochmal ganz kurz zurück in die Bibliothek. Hast du jetzt ein Spiel, das ist jetzt installiert, kannst du hier Spielen drücken. Wenn du es nicht installiert hast, kannst du hier auf Installieren drücken, dann kommt ein Bildschirm, wo es halt sagt, okay, so viel Platz brauchen wir, dann kannst du festlegen, wo es gespeichert werden soll, dann wird es installiert, kommt hier unten Download, siehst den Download-Fortschritt, und wenn es fertig ist, kannst du es quasi spielen. Okay, du kannst auch deine Spiele ein bisschen verwalten, weil ihr seht, ich habe schon ein paar Spiele und manche spiele ich und manche spiele ich nicht so gerne. Man kann das Ganze, wenn man hier ein Spiel anklickt, wenn man die rechte Tastatur drückt, kommt man auch auf die verschiedenen Kategorien, also so Community Hub und Forum und Reviews, aber man kann hier auch beispielsweise es zu einer Kategorie hinzufügen. Ich habe jetzt hier beispielsweise zwei Kategorien, aber man kann auch eine neue Kategorie erstellen, das sind dann hier die Kategorien am Rand, wo man hier sieht, Spiele sind immer standardmäßig, aber hier Humble, Bumble, Monthly und Herzstücke beispielsweise, also Spiele, die ich wirklich mag, das sind immer Kategorien, die ich erstellt habe. Man kann es auch prinzipiell einfach zu seinen Favoriten hinzufügen, die sieht man immer ganz oben hier unter Favoriten. Wenn du auf das Menüpunkt klickst, kannst du es immer ein- und ausblenden und so kannst du deine Spiele noch besser verwalten. Aber neben dem Spiel hast du halt die komplette Community, die Steam darum aufbaut und hast halt auch die Möglichkeit, wenn du Spiele spielst, sogenannte Sammelkarten etc. zu bekommen, mit denen du dein Profil verbessern, verwalten kannst, Level aufstellen kannst etc. Dann hast du bei Steam ein Profil, dieses kannst du hier über deinen Namen quasi erreichen, kannst du dieses Profil hier auch immer bearbeiten, das heißt dein Profilbild, deine Profilbeschreibung, dein Profilname, deine URL etc. ganz ganz viel. Manche Sachen kannst du hier halt freischalten mit der Zeit, wenn du halt höhere Level aufsteigst bei Steam. Weil du kannst bei Steam sogenannte XP-Punkte sammeln, das heißt durch Abzeichen, die du bekommst, sammelst du XP, mit denen du quasi aufsteigen kannst. Wie bekommt man jetzt diese Abzeichen? Wenn man hier einfach auf Abzeichen klickt, sieht man hier, wenn du ein Spiel quasi gekauft hast, hast du immer die normalen Abzeichen für das Spiel, weil es sind sozusagen Sammelkarten. Du kannst, wenn du ein Spiel spielst, Sammelkarten bekommen. Es sind meistens so ungefähr die Hälfte der Karten, die es für das Set gibt. Und du kannst halt diese Sammelkarten, wenn du sie erhalten hast, meistens ist Spielzeit, aber du musst eine gewisse Zeit spielen, dann bekommst du die so nach und nach, kannst du diese Sammelkarten im Shop quasi bei Steam verkaufen oder einkaufen. Und wenn du alle Sammelkarten voll hast, kannst du ein Abzeichen hinzufügen, wo man hier zum Beispiel sieht, es ist Hamlet. Dafür kriegst du 100 XP. Und dann hast du das Abzeichen. Und mit dem Abzeichen hast du halt die Möglichkeit, Level auszusteigen. Aber du bekommst manchmal durch die Abzeichen auch bestimmte Emoticons oder Hintergrundbilder etc. Ich habe jetzt zum Beispiel das Abzeichen von Life is Strange gemacht. Dazu habe ich den Hintergrund hier bekommen, den ich dann für mein Profil ausverwenden konnte. Und habe dann auch so zum Beispiel so Emoti bekommen, die ich halt auch in meinem Profil verwenden kann. Halt solche Sachen. Meistens so Schönheitssachen, so Sammelsachen, wenn man das möchte. Und darum hat sich ein kompletter quasi Community-Markt gebildet, wo man halt sich diese Inhalte, diese Sammelkarten quasi holen kann. Man kann jetzt hier auch seine Freunde und Gruppen verwalten, wenn man das möchte. Man kann auch sein Inventar verwalten. Manchmal bekommt man so Items, wo halt auch die Sammelkarten drin sind in deinem Inventar. Bei bestimmten Spielen bekommst du halt bestimmte Items, die du halt tauschen kannst auf Steam mit anderen Spielern. Und ja. Also Steam ist quasi eine Plattform, wo du deine Spiele hinzufügen kannst, aber wo sich halt auch eine komplette Community um die Spiele herum gebildet hat. Es gibt Steam auch als App. Da kannst du quasi auch mit deinen Freunden kommunizieren. Du kannst deine Spiele über sich doch mal anschauen. Du kannst ja nicht die Spiele spielen. Das funktioniert nicht. Aber so kannst du quasi in Kontakt bleiben. Ich habe ganz am Anfang erwähnt, man kann hier seine Spiele hinzufügen. Ich habe ganz am Anfang erwähnt, man kann ja seine Spiele hier bei Steam kaufen. Ich mache das meistens nicht, weil man kann auch sozusagen Produktcodes hinzufügen. Dafür geht man einfach hier oben auf Spiele. Zum Beispiel Steam Produkt bei Steam aktiv. Also wenn du einen Produktcode hast oder wenn du einen Geschenkgutscheincode hast, kannst du es auch hier machen. Und dann kannst du quasi hier, wenn du irgendwo einen Code erworben hast, den Produktküssel hier eingeben und bei Steam hinzufügen. Weil ich kaufe meine Spiele nicht bei Steam, sondern bei anderen Drittseiten. So Keysellers wie Instant Gaming, wenn euch das fast sagt. Also instant-gaming.com. Ich habe einen Link unten in der Videobeschreibung, wo man sich quasi Spielkeys für den PC relativ günstig kaufen kann, die meistens noch günstiger sind als bei Steam selbst. Und dann bekommt man einfach einen Produktcode und kann ihn hier hinzufügen. Man muss immer schauen, mal welchen Spielen man das macht. Bei manchen Spielen ist das nicht ganz legal, sowas zu machen oder ist verboten oder untersagt von der Firma. Dann solltet ihr es nicht tun. Aber bei einigen Spielen ist es nicht so und dann könnt ihr es da quasi relativ günstig erwerben, wenn ihr das wollt. Das war jetzt mal so ein Anriss von Steam, würde ich es nennen. Es gibt so, so viel mehr Möglichkeiten und wenn ich das hier alles erklären wollen würde, dann sähe es mich noch in einer Stunde. Das möchte ich nicht. Ich hoffe, ich habe somit so die Grundfunktion von Steam erklärt. Du verstehst jetzt, was Steam ist, was du damit eigentlich alles machen kannst. Wenn du irgendwelche Fragen zu etwas Spezielles hast bei Steam, was ich jetzt nicht ansprechen konnte oder was anderes, was unverständlich war, schreib es gerne unten in den Kommentaren. Ich helfe dir da gerne weiter. Wenn du noch Tutorials zum Beispiel zu Origin, also der ähnlichen Plattform von EA oder Uplay von Ubisoft haben möchtest, schau auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es auch Videos dazu und auch zu vielen, vielen anderen Sachen, weil ich mache momentan jeden Tag ein Tutorial. Da kannst du meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Und wenn dir das Video geholfen hat und denkst, ah, meine Freunde sollen auch mal wissen, was Steam ist, weil sie es vielleicht noch gar nicht kennen, dann schick ihnen doch einfach einen Link zu dem Video und bewerte das Video gerne, wenn es dir gefallen hat.